Hallo, hier ist Martin von Mannemang, hier ist das die Dixanlösung für nun Mittwoch, den 14.08.2024 und unser DAX hat zur Ruhe gefunden und durch Meditation sich wieder aus, naja, der brenzlichen Situation ein bisschen rausmanövriert. Wir hatten gestern darüber gesprochen, wie wichtig oder auch riskant eigentlich diese rote Tageskerze war mit dem direkten Abschluss vom ersten Pullback-Niveau eben nach unten, hatten klar gesagt, dass wenn der da unter 700 sich jetzt anfängt zu drücken, Schwäche zeigt und unter 700 irgendwelche Zeitwärtsmuster und dann dynamische nach unten auflöst, hat man gesagt, dass er unter 700 dann wahrscheinlich schon gegen 584 laufen wird und darunter eben dann auch, ja, sogar ein neues August-Tief anstehen kann. Ich hatte aber eben auch gesagt, dass man ein bisschen genau hingucken muss, weil die innere Struktur der Bewegung, zwei Stundenchart hat man da glaube ich drauf geguckt, sehr, sehr unpassend einfach dafür war, da jetzt richtig auf Krawall zu gehen, ne, dieses typisch dreiwellige Abschluss und so weiter und hatten deswegen als Abgrenzung dieser, ich sag mal, Negativbetrachtung uns die Schwelle gesucht und gesagt, wenn er über die 37, 67 geht, am besten gleich zum Start, würde das komplett entschieden werden. Und sich eher nochmal dann den Raum in die 29 rein zu aktivieren. Ja, die 37, 67 hat er dann direkt zum Start gleich überwunden und damit auch natürlich ordentlich Stress rausgenommen, hatten dann auch bei uns nochmal im Update umgeschickt, dass damit natürlich nun auch ein neues Unterbieten von der 700 erstmal nicht ganz so kritisch wäre. Ja, da auch locker noch bis 650 hätte er gedurft, um sich nochmal wieder hochzudrehen und das hat er dann auch getan, hat sich hier ganz gut aufgerappelt, nochmal sogar höher gestellt, als das jetzt hier der Fall war. Und damit ist jetzt der nächste Pullback-Bereich hier relevant, der fängt dann jetzt schon bei 8,90 an, zieht sich so ein bisschen über die 9,20, 9,50, das ist die obere Gelbkante, ist also ein bisschen breiter geworden, einfach dadurch, dass diese bullische Flagge hier, die ja noch in der inneren Struktur zu erkennen war, dass die jetzt natürlich fallend ist und pro Stunde immer weiter fällt, liegt das jetzt hier schon im Bereich um, ja, 8,60, 8,70, dann kommt die 90, 9,20 und die 9,50. Ich weiß gar nicht, ob man es dann überhaupt noch als zweite Zone so breit anziehen muss, weil die dritte ja letztendlich dann nur noch bei 18,000, 18,030 liegt, kann man wahrscheinlich über die einzelnen Stationen dann einzeln anpeilen, ja, dass man sagt, 8,70, 8,90, dann die 9,20, 9,50 und die 18,000, 18,030, das sind jetzt so, ich sag mal jetzt drei wichtige, relevante Marken für den Mittwoch. Es wäre nicht verboten, wenn ihr zum Start ein bisschen rundstrabelt, ja, das sind vielleicht nochmal 8,60, halt, warte, jetzt habe ich falsch abgelesen, ähm, warum ist es rechts dunkel, wenn ich es ganz sage, 800, ja, 800, wartet, das hoch hier will ich eigentlich haben, das hoch liegt auf 8, 7, 87, 97, also 97, 800, das wäre jetzt nochmal Support zum Mittwochvormittag, also solltet ihr dort nochmal Schwung holen, wäre das jetzt nicht kritisch, könnte danach nochmal versuchen, nochmal hochzudrücken und dann wird es wirklich relevant, wie gehen wir mit der nächsten Zone um und, ähm, da können wir den gleichen Tenor beibehalten, wie die letzten Tage, macht der das da eher ruhig und, ähm, fummelt sich sowas zur Seite, dann hätte das, wäre das eher indikativ dafür, dass es sich weiter durchspeist und probiert noch mehr, äh, Land, äh, und Kursgewinn zu verbuchen, wieder rein in diese Range, rein Richtung Mittleres, Bollinger Bahn, gleitender Durchschnitt hier, wir hatten da gestern schon mal so ein bisschen hingeguckt, die 18, 1,50 können ja dann so ein mögliches erstes Ziel sein, eben, ein gutes Band fällt jetzt auch immer weiter, ja, ähm, durch die Tiefs und so weiter, ähm, ja, worauf ich hinaus, wir haben trotzdem die Gefahr des Pullbacks nach wie vor hier drinnen bestehen, das heißt, ähm, man sollte es jetzt nicht zu, zu leichtfertig angehen und auch noch nicht zu optimistisch werden, dafür, das, das lässt die Situation noch nicht zu, auch wenn er jetzt hier die erste rote Tageskerze abgewährt hat und sich jetzt hier recht potent reinstellt, ähm, gibt das trotzdem noch keinen Grund zur Einwarnung, ne, also er kann direkt am Mittwoch schon der paar bloßen rote Tageskerze stellen, Mittag ist Schluss unter die 7,70 und schubtiwupp, müssen wir in den Donnerstag rein, das gleiche wieder reinsetzen wie am Vortag und ich sag mal, wenn er das in zwei, drei mal macht, irgendwann fängt er dann auch an, diese unteren Trägermarken zu bedienen, ja, hier hat er das jetzt nicht gemacht, er hat sich unter 17.700 nicht nach unten gedrückt, ja, sondern direkt gleich nach oben gezogen, als er dann mal drunter war, ähm, am, am, am Dienstag, aber wenn er das jetzt noch zwei, drei mal macht, also, irgendwann springen die Verkäufer dann eben drauf an und dann reißen sie den Weg und dann steht er schnell hier wieder auf der 200-Tage-Linie und erscheint sich dann eben tieferer und deswegen ist das hier einfach ein gefährlicher Bereich, da muss man ein bisschen aufmerksam bleiben, ähm, ich hatte das auch, ich glaube, vorgestern oder, oder zur vorletzten Analyse auch gesagt, das sind so Bereiche, da muss man nicht unbedingt so rumfummeln, ja, da muss man nicht unbedingt krasse sein, da irgendwie den, 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 den entscheidenden Trailsets, das sind wirklich Entscheidungsbereiche, ähm, wo man vielleicht den Markt auch einfach ein bisschen kommen lässt halt, ne, einfach ein bisschen abpasst und, ähm, sich das anzugt, wie er, wie er sich entwickelt, weil das, das sind diese relevanten Stellen, die dann eben mittelfristig wirklich eine Bedeutung haben, ja, es dreht uns der Dox hier aus der Zone runter, dann, 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 dann fällt er halt auch hier nicht so auf neues Augustiv, das geht eine ganze Latte tiefer dann halt, ne, wenn der sich aus so einem Pullback-Niveau jetzt hier wegdreht, das ist dann scheißegal, ob das dann eine 830, eine 920 oder eine 1830 war, das ist dann komplett sinnvoll, ja, dreht er sich aus dem Pullback-Niveau wieder weg, ähm, kann er den aufwärts dann beenden, abwärts dann einläuten, das bleibt weiterhin bestehen und nimmt er das aber überhaupt nicht an, drückt sich einfach drüber, dann geht das auf der anderen Seite los halt, ne, dass wir sagen können, okay, die spannende Range steht wieder komplett zur Verfügung, wenn er wieder in die Range reinarbeitet, ja, dann redet man wieder über eine 18300, dann redet man über eine 18600, über mögliche Ausbruchsszenarien oberhalb und, äh, schwuppdiwupp ist das hier einfach jetzt relevant für die nächsten Tage und Wochen und deswegen bedarf es da auch, äh, gesonderte Aufmerksamkeit, ja, das einfach bloß nochmal ein bisschen um das Bewusstsein dafür zu schärfen, wo wir gerade sind, ähm, man sieht es auch in Sladay, dass der so zuckelig ist, ne, dass er auch häufiger mal so ein neues Tageshoch, dann wieder Tag 7, neues Tageshoch, wieder neues Tag 7, das sind halt einfach Entscheidungsbereiche, hier wird jetzt ein bisschen gekämpelt, ähm, das, das, das sollte man kommen sehen, das sollte man eben auch mit einplanen in die, in die, ich sag mal, Tagestrading-Planung und, ähm, mitnehmen. Ähm, wir haben jetzt drüber gesprochen, wo oben die nächsten Ziele sind, wir haben drüber gesprochen, dass unten die, äh, 100, die 97 nochmal Support ist, was wäre jetzt nicht gut? Nicht gut wäre, wenn wir unter 6,70, unter 6,50 zurückfallen, ja, von hier unter 6,50 könnte man eigentlich dann schon als bestätigtes Umkehrsignal des Pullbacks werten und dann würde sich wieder das Fenster aufmachen zur 500, äh, 4,80 und eben noch zu diesen Gaps und dann auch tiefer, ja, das wäre jetzt so ein bisschen diese, diese Abbruchkante auf der Unterseite, dort würde ich sie setzen, ja, ich würde sie setzen, äh, unter die 6,70, 6,50, das wäre also für mich die, die Schwelle, ab der ich wieder sagen würde, der Markt jetzt wieder ganz klar in der negativen Chartlage und, ähm, hat einfach Riesig auf der Unterseite, was dann ausgelebt werden kann. Gut, Freunde, ich würde es damit, oder dabei belassen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelegen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.